Ich habe ein Kinderlied wiedererkannt, aber auch Spanisch. Mein Passport. Meine Embassy hat gesagt, geh zur Polizei, ich brauche ein Papier. Ja, Passport, stolen. Name? Maria. Papa? Was, wie kommst du denn hierher? Weißt du, wie du dich angehört hast auf dem Anrufbeantworter? Und dann fliegst du mir direkt hinterher. Hatte ich früher als Kind mal so eine. Kommt mir total bekannt vor. Es war mir eine Ehre. Maria. Alejandro. Wir müssen zusehen, dass du so schnell wie möglich wieder weiterreisen kannst. Es geht doch nicht, dass du hier drei Tage festsitzt. Warum lenkst du jetzt ab? Ich lenke nicht ab. Liliane und ich sind nicht deine leiblichen Eltern. Jetzt habt ihr mir nie irgendwas erzählt. Wir dachten, dass es so besser für dich ist. Dank der Diktatur haben die Militärs wahllos Leute verhaftet. Und habt ihr mich einfach mitgenommen? Maria, du warst frei. Maria. Ja. Kannst du mit mir zu meiner Familie gehen zum Übersetzen? Ist Anton Volkenmeyer hier? In Buenos Aires? Maria, bist du da? Maria, bist du da? Was ist das für eine Frage mit dir? Weißt du überhaupt, was das für mich bedeuten kann? Was ist das für mich? Das war dein Herz. Ich bin hier! Was ist das für mich? Dekutzen, das ist das für mich? Vielen Dank.